Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich das LG 65UR78006LK Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo da zu lassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll, Bildschirm auf Lösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50-60 Hertz. Alpha 5 Gen 6 4K AI Prozessor Der Alpha 5 Gen 6 4K AI Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV. Neue Maßstäbe in 4K Sehen Sie alle Inhalte in 4K auf den großen UHD-Bildschirmen und genießen Sie Klarheit und Präzision in jedem Moment. AI Brightness Control AI Brightness Control sorgt für die perfekte Helligkeit in jeder Umgebung, indem die Helligkeit des TV-Bildschirms an die Umgebungsbeleuchtung angepasst wird. Filmmaker Mode Im Filmmaker Mode wird die Bewegungsklättung deaktiviert, während die ursprünglichen Seitenverhältnisse, Farben und Bildraten erhalten bleiben. Dadurch wird die ursprüngliche Vision des Regisseurs genau wiedergegeben, sodass Sie den Film so erleben, wie es beabsichtig war. Die Farbe des Fernsehers ist schwarz. Er wiegt 21,6 kg und hat die folgenden Abmessungen. 145,4 cm in der Breite, 83,8 cm in der Höhe und 5,77 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x300 Wserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 152 kWh pro 1000 Stunden. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, 1x Satellite in, F-Type female, 1x Optical Audio out, 1x Antenna, AF female, 1x CL plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.11ac, DLNA, Bluetooth 5.0, intelligente Assistent und Konnektivität. LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Build-In, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über i-Arc an den Fernseher angeschlossen werden. Die perfekte Lösung für guten Sound. Upgrade für kristallklaren Sound. So wie es sein sollte. Wow Interface. Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem WebOS 23 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Der neue WebOS 23 Homescreen. Von Ihren Lieblingsinhalten bis zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten. Der neue WebOS 23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht. Mein Profil. Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen. Alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist. Quick Cards. Erstellen Sie spezielle Karten für Ihre Lieblings-Apps und Dienste. Ordnen Sie sie so an, wie Sie es möchten. Oder tauschen Sie sie und springen Sie schnell zu all Ihren Inhalten. AI Concierge. Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren. Ich habe die Kundenrezessionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Remote-Fernbedienung fehlt noch. Die Sprachsteuerung nur bedingt möglich mit Alexa. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Gerät ist super in Bild- und Tonqualität. Die Einrichtung ging spielend einfach. Tolle Farben. Das war mein Testbericht zum LG 65UR78006LK Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezession folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Bis bald! Bis bald!